Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Walhalla, heute zusammen mit, äh, Red. Danke, dass du meinen Namen noch weißt. Wir haben letztens nicht zusammengezockt, aber trotzdem heißt das nicht, dass du meinen Namen nicht wissen musst. Ja, ich hab's vergessen. Also nicht vergessen, aber fast. Also doch vergessen. Also ich wollte noch kurz was dazu sagen, wir sind noch hier, wo letztes Mal wir aufgehört haben bei dem Drachen. Ich hab auch schon mal ein Diaschwert geguckt, ich bin so hohl. Jetzt fällt sich grad den Berg runter. Äh, ja. Wir sind noch hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben bei dem Drachen, wo Manu und, ähm, äh, Simon uns hingelockt hatten, ne? Und die Sache ist, ähm, was? Ja, die haben den Drachen gekillt, haben daher Drachenkostum gekommen, aber, ach so, da ist mein King, du. Hallo. Ja, ich hatte gerade ein bisschen Probleme. Hast du noch was zu essen? Ich hab noch Fisch. Ja, ich hab selber noch 10 Rind und 40 Hammel und alles. Oh, guck mal, die, die, die fighten gerade. Oh, der ist gestorben. Der auch. Oh, hier ist das Drachen, das haben die alles geplündert. Ja, ich hab da schon geguckt, also ich glaube, oder? Ja, die haben alles mit in die Wattner. Hier ist noch Skelettschäbel, die nehm ich mit. Knochen hebe ich auch mal auf. Oh, Obsidia nehm ich auch mit. Was ist das denn? Das sind Ash, Alter. Ach so, Asche. Och Gott, bin ich los. Hier ist ein Buch drin, die haben ein Buch drin gelassen. Ja, die sind ja komplett drin. Da ist noch ein Wasser einmal, ich weiß nicht, ob du deinen verloren hast oder so. Ne, ne, ich hab meinen noch. Ich bin ja damals nicht gestorben oder so. Oh Gott, was geht's. Okay, hier haben sie das Zeug reingeladen. Ey, siehst du auch nix gefühlt? So dunkel alles. Ja, ja, es ist so dunkel. Aber wir können schlafen, wir haben doch Wetten. Ach so, ich hab glaube ich auch gerade meinen falschen Shader noch drin. Warte mal ganz kurz. Stimmt, wir können schlafen. So. Ne, die Sache ist halt bei mir. Scheiße. Die Sache ist halt bei mir. Äh, äh, gestern hat mich Simon angerufen und meinte so zu mir, ey, wart ihr das, die bei uns an dem Baum ein Schild hingehängt haben, wo Koordinaten drauf standen. Da sind wir hingelaufen, er und Always Quafter. Und dort waren es, äh, drei Drachen, ne. Die sind gestorben und haben jetzt ihre Drachenrüstung verloren. Was? Da hab ich gesagt, nein, das waren wir nicht. Ähm, und da meinte er so, ja, weil Manu hat denen sogar Ersatzrüstung angeboten. Dafür. Und da meinte, meinte ich so, das muss Manu gewesen sein und seine Truppe, weil wir waren es nicht. Das ist so übelgeil. Ey, aber scheiße, man, da haben wir ja richtig viel Rüstung jetzt. Wir sollten mal ein bisschen restocken, ne? Ja, ja, wir sollten sowieso jetzt mal wieder ein bisschen aufnehmen und fallen uns. Ey, wir müssen wir in die Hölle in die Hölle. Ja, ist so. Ja, wir können, ich hab Obsidian dabei. Okay, wollen wir, wollen wir eigentlich irgendwo irgendwie eine Base bauen oder so? Wollen wir, will ich machen, aber ich möchte jetzt erstmal in die Hölle gehen. Erstmal im Prinz Netta, okay. Äh, dann baue ich die mal einfach mal im Portal. Wobei, stopp, ich will doch eine Base haben, weil, wenn wir, ich würde nicht alles, was wir haben, aktuell mitnehmen. Ja, eben. Gehen wir mehr Richtung Spawn oder bleiben wir hier? Nein, wir gehen noch ein Stück weiter weg vom Spawn. Okay. Ist vielleicht auch besser, dann können wir da eine geile Hütte aufbauen. Dann können wir jetzt heute einfach eine Dorfgründungsfolge machen und in der nächsten Folge dann gehen wir ins Nieder. Dann können wir uns beide ein schönes Häuschen bauen. Wieso liegt hier so viele Fische? Was hast du gegen diese, ach man, was hast du gegen diese Waschbären, Alter? Wir sollten uns dann auch unbedingt einen Drachen holen, die unter der Erde leben, weil die geben, da können wir ein Ei bekommen und dann kommen wir einen eigenen Drachen. Achso, Simon meinte, da wäre irgendwas noch anderes gewesen, das hatte ich mir jetzt nicht gemerkt, also irgendein anderes Viech, was sehr OP ist, was gute Rüstung blocken kann. Okay. Ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von dem Motz. Die Sache ist halt, ich will aktuell erstmal keinen Drachen nochmal kämpfen, ich will erstmal meine Rüstung besser machen und, äh... Ja, für das, ja genau, gehen wir ins Nieder in der nächsten Folge oder diese, keine Ahnung. Haben wir uns schon wieder verloren? Kann das sein? Ja, kann gut sein. Wollen wir dich einfach mal beide einfach mal latschen und einen guten Platz suchen und wenn wir einen haben, können wir uns die Koordinaten... Ah, nee, das ist ja dumm. Ja, du weißt, wie gut ich nach Koordinaten laufen kann. Ja, okay, ja. Vielleicht besser nicht. Ich habe einen guten Platz gefunden, willst du zu mir kommen? Ich habe einen Bienenstock gefunden. Oh. Ich würde gerne ein bisschen weiter oben gehen. Okay, auf den Berg? Wollen wir einfach hier oben? Oder... Ah, nee, du willst weiter weg, ne? Okay. Ja, alles gut, wir müssen jetzt nicht zwölf Stunden rennen, aber... So, die nächsten zehn Folgen, so, yo, wir laufen heute weiter. Wir laufen heute weiter und suchen nach unserem Dorf. Genau. Das ist Musik in meinen Ohren. Ich höre das hinter dem... Wobei, wir können auch einfach so diese Partei sein, die so über dem Wald, den ganz... So irgendwie von einem Berg, wo man über den Wald dann herrscht, quasi. Ja, hier ist so ein bisschen was Bergiges. Direkt neben mir. Ich springe hier gerade ganz seit oben auf einem Baum. Oh, ja, warte, ich sehe dich, ich sehe dich. Ich sehe deinen Name Tag, bewege dich mal nicht so krass. Bekommst du auch auf diesen Berg da? Oh, ich sneak gerade. Hä? Wieso sehe ich das denn trotzdem? Ja, hier. Doch, hier. Das bin ich. Hallo? Nein, umdrehen, hinten dir. Hinter dir. Ja, hier unten. Hallo? Da hinten. Ja, lass es eingehen. Wollen wir einfach hier oben, weil hier oben sieht eigentlich noch nice aus. Da haben wir... Also, da haben wir einen übel Ausblick hier. Guck mal. Ja, ja, safe. Hier bauen wir, oder? Ich bin ja auf den Bäumen. Hast du hier oben, ja, ja. Ja, ja, machen wir, oder? Ja, ja, hier ist okay. Okay. Dann schlagen wir hier mal... Aua. Ich... Äh, hast du noch Kisten? Ich hab Öfen. Bau dir einfach mal hier hin. Ich hab Öfen auf jeden Fall und ich habe... Ich würde sagen, wir tragen hier alles einfach. Nee, ich hab keine Kiste. Okay, hast du eine Workbench? Ich würde hier oben aber machen... Nee. Stopp. Ich würde hier oben ein bisschen was abtragen und dann erweitern so ein bisschen nach zur Seite. Ja, ich würde auf dieser Ebene hier abtragen. Da haben wir schön viel Platz für ein Lagerhaus und so würde ich... Fände ich nice. Ich würde mir erst nur ein Haus hier hinstellen. Mehr nicht. Es soll ja nur erstmal als kleines Dinges gelten, wo wir unser Zeug reintun. Hast du noch Dias? Sorry, dass ich dich unterbreche, aber... Nein. Warum? Ja, so... Wie eine Dias-Schaufel. Also, nein. Ja, eine Dias-Schaufel, Alter. Natürlich. Wir haben doch nicht mal full Dias... Und du willst dir eine Dias-Schaufel machen. Ist das dein Ernst? Ich habe hier oben jetzt eine kleine Erde-Plattform gebaut. Okay. Ach, ist das stupid. Ich kann sehr gerne hier hochkommen. Ja, ich würde hier auch einen kleinen Umriss aus Holz bauen. Ich brauche hier mal ein bisschen Bäume ab. Ja, ich auch gerade hier oben, aber... Ach, mein Inventar soll ich sagen, aber das hört schon wieder nicht auf. Ja, ich habe mich hier unten mal so eine Kiste gebaut. Um da mal ein bisschen Stuff einfach reinzuschmeißen. Wir müssen auf jeden Fall da aber dann eine Kiste machen, die wir vielleicht kurz offscreen verstecken. Ja, ja, klar. Habe ich auch vor. Damit wir dazu irgendwie Lapis reinmachen können und ganze Eisen und so. Nicht, dass wir komplett ausgenommen werden. Das wäre super optimal. Ich würde jetzt auch nicht erstmal darauf achten, ob das schön ist oder nicht. Ich würde ja einen Holzumriss setzen. Auf diesem Erde-Ding. Ja. Okay, warte mal. Das hat auch erst mal keine Fenster, weil wir haben kein Glas. Jetzt finden wir aber nicht mehr Glas. Ich würde mich auch erst mal aus zwei verschiedenen Holzarten machen. Ich würde nicht vielleicht später hier um den Hausbau kümmern. Da machen wir eine extra Folge draus. Okay. Der epische Anfang des Dorfens. Wir bauen aber auch noch... Keine Ahnung, Alter, weil hier habe ich einen schönen Blick auf die Berge da drüben. Weißt du, ich komme halt aus der Schweiz. Die Berge, die fehlen mir sonst. So ein Kek, Alter. Hättest du nicht erst mal kurz einen kleinen Unterschlupf bauen können? Äh, nein. Ja, doch, eigentlich schon, aber... Egal, ich meine, wer... Ähm, ja. Genau. Ich habe halt nicht mal Bruchstein, meine Damen und Herren. Ich bin so voll, aber ich habe keinen Bruchstein. Ich habe hier... Ich war ja so schlau und... Ich brauche mich jetzt kurz mit Goldblöcken hier hoch. Oha! Das ist ein weirder Flex. Ja, aber ich habe halt nur Goldblöcke gerade. Ja, Moin. Also, ich würde jetzt hier... Ich baue mal hier einfach mal das Portal. Das können wir dann auch. Das kannst du hier... Ja, baue das dort hin, wo du gerade warst. Ich habe jetzt hier erst mal so einen kleinen Eingang gebaut. Oh, scheiße. Ich habe mich verbaut. Nicht dein Ernst. Ach, Mann. Hast du ein Feuerzeug? Nein. Geil. Ah, das lässt sich einrichten. Okay, hast du Flint und Steel? Also Flint einfach... Nö. Scheiße, ich auch nicht. Ich finde hier schon das. Und nicht mal Kies. Ich habe irgendwie... Der einzige Block, den ich habe, ist Cobblestone, Erde, Holz. Und dann halt noch so ein paar Strohballen und so. Und Mist. Oh, die Tür kommt erst mal zu weit. Ja, egal. Okay. Alter, das ist schon ein richtiges Haus, Mann. Muss mal ein bisschen... Ich muss gerade überlegen, Alter. Wie mache ich das jetzt? Ich mache es einfach so, oder, Leute? Das ist ja so dumm. Jetzt bin ich hier... Ich muss hier mal ganz kurz... ...einen künstlichen Dings hier anlegen. Ich habe mittlerweile auch ein paar Äpfel. Stimmt. Können wir noch Goldäpfel machen? Können wir noch Goldäpfel mehr. So, ich habe hier oben jetzt erst mal ein Haus hingebaut. Cool. Und noch ganz kurz... Das ist dann mal... ...genau so hoch, wie wir es brauchen, aber... Oh, ich habe was denn Wasser hier drin gebläst. Alles überschwemmt wieder. Das habe ich hier eigentlich zusammengebaut, Alter. Oh, ich habe hier jetzt irgendwo eine Mine. Hast du diesen Saut auch gehört? Nee. Kannst du ja gerne mal hier herkommen. Oh, damn. Ähm. Und das war jetzt du mit. Nichts Neues bei dir. Och, Mann. Wieso bist du so... ...asozial? Ja, stimmt. Ich habe zwei Brauchstände, ne? Die können wir... Würde ich nicht platzieren. Ja, nee, nee. Aber die können wir dann irgendwann in einem Labor bauen. Ich würde eigentlich auch total nicht so offen bauen, eigentlich. Ja, wir können das danach dann ein bisschen zubauen. Alter, ich hätte fast eine Biene geschlagen, weil die mir gerade unter die Axt geflogen ist, Alter. Ja, das ist... ...wär suboptimal. Ja, warte, ich habe noch eine. Äh. Alles gut, ich kann mir nur darauf eine neue craften. Oh, okay. Das ist aber neu bei dir. Nein. Spaß. Äh. Also, du hast... So. Sorry. So, ich würde sagen, wir machen zwei Kisten offen. Also eine Doppelkiste offen, wo halt Zeug reinkommt, wo wir sagen, hey, das ist jetzt nicht allzu wichtig. Wie Manuskript oder so. Manuskript, Katzen, Fleisch, Fäden, Copper, Kuhleder. Das Ding, das Ding. Ich brauche kein Holz mehr. Was war das denn? Das. So, ich tue jetzt kurz, äh, mich vor's Haus stellen. Kann es sein? Ich glaube, ich habe mein Bett verloren. Hä, wir haben gerade noch zusammen gepennt, Alter. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe es nicht mitgenommen. Hä, bin ich dumm? Weiß ob, das kann doch nicht wahr sein. Was? Hier, also... Das kommt alles hier rein. Was? Hast du, hast du, äh... Hast du zwei Witzel für Zufall? Nein, aber ich kann, ich kann Neues machen. Okay, perfekt. Ey, wir sind... Guck mal her, das musst du dann verpixeln. Beziehungsweise musst du kurz einen Cut reinmachen, die versteckte Kiste, guck mal hier, direkt unter die Ecke. Yo, das ist aber crazy. Ja, ich habe bald losgespielt. So, wir machen jetzt aber hier. Ich nicht. Ähm, soll ich... Okay, weiter, ich hole mal noch kurz den Rest. Ach, da unten ist mein Bett. Achso, nee, alles gut. Jetzt habe ich eins gemacht. Achso. Ach, man. Schlafen wir schon wieder. Ist schon wieder Nacht. Echt? Ah ja, stimmt. Bray, machen wir los. Ich komme gleich. Ich schlafe hier mal ganz kurz. Achso, du schläfst schon. Mhm. Bin ja ganz chillig. So. Guten Morgen. So, ich mache jetzt noch Goldäpfel. Und dann... Ja, ich habe hier auch gerade noch einen Apfel gefunden. Den Cut wegmachen, weil ich jetzt mehrmals in die Kiste gehen musste. Dann werfen die Äpfel mal zu. Ich bin gerade am Craften. Ja. Ich habe einen Apfel. Ja, dann haben wir drei Goldäpfel. Irgendwie. Ähm, ich... Kannst du dann auch mal ganz kurz hier draußen, mal zu deinem Wasser einmal platzieren. Dann können wir hier eine unsätzliche Wasserkörle machen. Dann kann ich hier das Zucker machen. Hast du keine Dias mehr gehabt? Ich habe keine Dias mehr, ja. Ich weiß nicht, wo die... Kann aber gar nicht sein. Ich weiß... Hast du den vielleicht zu viele gebloppt? Kann das sein? Ähm... Also ja, ich bin hinter dir. Nein, den anderen. Achso, äh... Keine Ahnung. Weil... Die können ja nicht einfach alle weg sein. Die Dias? Digga, was sind die Dias? Och, nee. Leute, soeben haben wir festgestellt, dass MyKing den... Unsere ganzen Dias letzte Folge gedroppt hatte, den anderen. Och, das war ja so stupid. Ja, kann mal passieren, oder? So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich in die Hölle. Wir brauchen nur halt erstmal Flint und Steel. Ja, dann... Äh, ja. Hier unten ist doch Wasser gewesen. Ich habe doch hier gerade irgendwo von Wasser gesehen. Da gehe ich dort mal kurz runter. Ja, ja. Kannst du... Hast du deinen Wassereimer hier oben platziert? Bist du da oben beim Zuckerrohr? Weil dann haben wir eine unendliche Wasserquill. Genau. Achso, na dann. Wo ist denn das Zuckerrohr? Hier oben. Ich habe hier meinen Eimer schon platziert. Ach, da oben. Ich sehe das Zuckerrohr. Das ist über übel groß hier. Kannst du sie in die andere Ecke da sitzen? Genau. So. Das war mit unendlich Wasser. Cool. Super realistisch. So, hier unten, hier unten ist Wasser gewesen. Alter, ich höre ganz miese Geräusche. Miese Brise. So, hier unten ist Wasser. Hier ist Glas. Äh, also ja. Denken ist halt Sand für Glas. Achso, ja. Hier war das Kies. Ich habe Kies. Nice. Dann gönn dir mal. Ich habe eins. Zack. Fertig. Du hast eins Kies, du Flexer. Nein, ich habe eins Feuerschlein. Achso, oha. Noch weirderer Flex. So, natürlich, Leute. Ich habe die Kiste natürlich gut versteckt. Sie steht einfach auf einem Dach hoch. Ähm. Ja, wie? Ich verslaue die ja genau in die Hölle zu stellen, oder? Wieso meinst du? Ich weiß nicht, ob ich meine Rüstung anlasse, wenn ich in die Hölle gehe. Wahrscheinlich schon. Ja, ja. Ich auch. Das ist ja, gewisses Risiko muss halt sein, ne? Ja, no risk, no fun. Kennst du sie ja, oder? Ja. Ach. So, ich nehme auch einen Kies mit in die Hölle. Hast du noch Bruchstein? Ich habe noch Bruchstein, ja. Kannst du mir da welchen geben, weil ich habe sonst keine Blöcke. Stabil. Ja, doch, kann ich. Ja, wir werden da sowieso danach, wenn wir so viel Netherrag haben. Aber wir haben immer noch, weißt du, was das Problem ist? Wir haben immer noch gar keine Bücherregale. Es gibt hier noch gar nichts, Beko. Achso, doch, Netherrag. Ja, gut, ja, und? Wir haben auch unseren Verzauberungstisch nicht aufgestellt. Kannst du mir kurz Stein geben? Achso, ja, warte, hier. Und, warte, ich habe einen Goldapfel für dich. Oh, nice. Bist du sicher, dass du mir den begeben willst? Ich habe zwei. Äh, was war das denn? Hast du das gehört? Ich glaube, unter uns, also. Achso. Ne, dann habe ich vielleicht das noch nicht gehört, was du meinst. Okay. So, ich mache kurz aus dem Feuerstein. Okay, Leute, kurzer Kratz für die Kiste. Ich brauche nämlich ein Eisen. Ich mache mir noch ein paar Spitzhacken. Zwei Stück und ein Eisen. So, zack. Ich überlegen. So, zack. Ein paar Spitzhacken. Blind der Stil. Zack. So, let's go. Auf geht's, Leute. Auf in die Hölle. Zu hell. And back. Hoff ich mal. Ey, du. Ey, das ist so unfair. Bruder, er flutet einfach mein Haus. Was ist er für eine? Why not? Mein Haus ist actually ein bisschen ugly. Aber egal. Auf geht's. Wie lange übernehmen wir eigentlich schon wieder auf? 20 Minuten. Schöne Sache. Super Sache. Dann beginn wir nächste Folge erst in die Hölle. Ja, würde ich auch sagen. Dann können wir hier in unsere Häuser noch ein bisschen. Äh. Na, ich würde jetzt in das Haus verlassen. Ich würde jetzt einfach die neue Folge machen. Okay. Dann machen wir so. Bin ich auch gut. Okay, Leute. Äh. Das ist mit der Folge. Wir haben uns zwei professorische Häuser gebaut. Wie ihr da oben seht. Meinst du zum Beispiel zwei verschiedene Holzarten. Und keinen Stein verbaut. Und keine Holzblöcke. Weil ich keine Holzfarm wollte. Und ja. Deswegen würde ich sagen. Es hat auch noch einen Erdeboden. Das ist aber weiterhin egal. Meinst du, ist aber auch actually hässlich. Da musst du noch was hin dann. Ja. Deswegen habe ich gesagt. Davon steht unser Portal. Und in der nächsten Folge gehen wir in die Hölle. Dann würde ich sagen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.